Das ist ein mega tolles Gefühl. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, aber es war auf jeden Fall ein Ziel, hier mitzufahren, aber dann auch noch Gold zu gewinnen, das ist wirklich toll, ja. Podestplatz schon eher, aber Gold eigentlich nicht so, nee. Nach dem ersten Lauf, da dachte ich mir so, wenn du noch mal so einen runterbringst, kann es was werden, ja. Ich finde, untereinander im deutschen Team finde ich es gut, dass wir zusammen waren, dass man auch mal die Bobber kennenlernt oder die Skeletonis, so vom Weltcup kennt man ja schon die anderen Nationen, also man kennt sich eigentlich schon untereinander, ja, deswegen fand ich es mal eine schöne Erfahrung, ja. Ja, schon ein paar mehr, hier ist natürlich auch noch mal was ganz anderes dabei zu sein und ich denke, das wird mir auch sehr helfen in den nächsten Jahren. Also ich werde auf jeden Fall mit mehr Bewusstsein an den Start gehen, weil ich jetzt gesehen habe, ich kann wieder mal zwei ordentliche Läufe runterbringen, was in letzter Zeit schwierig war bei mir, aber ich denke, jetzt läuft es wieder, also ich hoffe es. Ja. Ja.